so damit herzlich zurück zu stronghold crusader wir sind gerade im angriff in der letzten folge haben wir den angriff perfekt vorbereitet und jetzt vollenden wir ihn und ein bisschen habe ich gerade gepennt weil meine truppen fast alle tod so das wird doch meine pikiniere die klären diese blöden ich hasse die truppen nicht vergessen nachzuspammen wir verlangen wir folgen eine nachricht von salaten ich finde das über klasse was die ki so alles sagt sehr gut bin zur stelle es werden rekruten benötigt sein der angriff war nicht bin zur stelle unerreichbar gebäude stehen in flammen so meine streitkräfte haben euch erneut zugesetzt das war nur der erste angriff ich meine freund es werden waffen bin zur stelle es werden rekruten benötigt sein eine nachricht von saladin bei allen heiligen mir kämpft gut der schuld fürchten ist so eine gute sache so in bewegung hier geht alle hin weil ich nicht mehr brauche mein bogen ist euer so ich muss anders rein kommen es werden waffen benötigt sein waffen gibt das stichwort waffen brauche und noch mal gucken rüstung die benötigen gold in zur stelle ich brauche mehr gold unsere schatzkammer lehrt sich das volk huldigt euch sei und holz kann ich mehr verkaufen so dafür kann ich ganz viele pekin ihrer machen wir sind bereit bin zur stelle so eure leutschaft auf dem weg die pekin ihrer die kommen wieder aus das ist schon die 30 oder 31 folge da muss ich jetzt mal endlich platt kriegen ist in die schatzkammer seien wir sind bereit bin zur stelle es werden waffen benötigt seien mein herr oha ich kann hier ordentlich lederrüstung kaufen bei mir wird immer das gold eng ich brauche mehr gold irgendwie gefühlt ist ja auch so das volk huldigt euch sei es werden waffen benötigt seien bin zur stelle so wieder mehr gold kommen mehr truppen bekommen rücken aus sind auf dem weg so zu diensten aber gern bin zur stelle das wird doch allmählich das wird doch allmählich den zweiten aggraf kann er nicht so einfach abwärmen so es werden waffen benötigt seien das ist war das das ist das ist das 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 die waffen vorwärts pekiniere auf dem weg was wünscht ihr wünsche vieles konstruieren belagerungsgeräte konstruieren belagerungsgeräte wir benötigen mehr gold mehr gold mehr gold ich will mehr gold unser werkzeug ist bereit konstruieren belagerungsgeräte konstruieren belagerungsgeräte konstruieren belagerungsgeräte so ich muss sie besser einsetzen bin zur stelle katapult bereit my lord ja einer für alle bogenschützen bereit im laufschritt was wünscht ihr die pekiniere müssen tanks werden der marsch wird uns gut tun genauso wie die schwertkämpfer wir verlangt viel wir werden überfallen katapult bereit my lord in ordnung und marsch mein bogen ist teuer in bewegung so die massen am bogenschützen bereit katapult wird bewegt so können die die endlich so gut wie erledigt katapult wird bewegt so gut wie erledigt so gut wie erledigt eure launchchaft so gut wie erledigt so gut wie erledigt wurde das ist nicht klug Ja, wer spießt am meisten auf? Ah, das war ein kleiner Fail. Ich dachte, es würde klappen. Katapult wird bewegt. So gut wie erledigt. Den einfach so lange unter Schuss halten. So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. Dass er sich nicht mehr... ey der Arsch. Da... da hilft nichts. Da müssen Ritter ran. Die Goldvorräte sind zu knapp, Sire. Ich hab echt Goldprobleme. Katapult bereit, mein Lord. Schultert die Waffen. Aber gern. Hey. Wacke ich mir ein Kaltenhaus. So. Das wird ne... Richtiger Angriff. Aber dafür wird es in der nächsten Folge weitergehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like oder ein Abo da. Oder beides. Macht's gut, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020